So, in zwei Tagen geht es nach Cancun. Unglaublich, wie schnell die Zeit an die ich rumgehe. Und hier ist gerade das totale Chaos. Ich muss noch ein Geschenk holen für einen Kumpel, der soll von meinem Auto. Und da ist es so schnell rum, ey. Scheiße. Ich freue mich so krass, ich bin seit dem Cancun. Und überhaupt noch was richtig geiles. Mein Cousin, der kommt, der hat gebucht. Das ist auch total geil. Und ich fliege ja auch nach Dubai. Sogar dieses Jahr als Family Urlaub angesagt, habe ich so das Gefühl. Wird richtig cool werden. Ich freue mich. Jetzt gehe ich erstmal in die Stadt und besorge noch die letzten Sachen, die ich unbedingt noch besorgen habe. So, ich bin mal wieder hier bei New Yorker. Mal wieder zu Füßen sammeln. Und ich bin sehr gespannt, Freunde. Das ist ja auch mein Kopf. Und ich habe echt Bikini gefunden. So, ich war jetzt shoppen. Ich habe jetzt die letzten Sachen erledigt. Und jetzt gehe ich zu meinem Cousin. Der hat so ein Springseil noch für mich. Und ich wollte mir eigentlich einen Springseil kaufen. Aber das gibt er mir jetzt. Und dann muss ich das nicht mehr besorgen. Das ist ja das Secret, dachte ich mir. Da wünscht man sich was und dann kommt das. Und das ist übrigens hier Braunschweig. Ab zu meinem Cousin. So, jetzt bin ich mal wieder hier an einem, wo sind wir hier? Frozen-Joghurt-Stand und kann wieder nichts essen. Und mein Cousin, der haut sich gleich hier so ein fettes Eis rein. Und? Was hast du jetzt bestellt? Frozen-Joghurt. Super lecker. Wie viele Kalorien? Mein Cousin will ja aufbauen. Und haut sich einfach... Was nimmst du noch? So eine Zunehm-Tabletten, ne? Na, Zunehm-Tabletten nimmt er noch. Also das kann auch nicht wahr sein. Er will zunehmen, ich will abnehmen. Naja, was soll man machen? Hier ist mein Cousin Stefan und der kommt mich in Cancun besuchen. Er hat sogar schon gebucht spontan arbeiten gestern. Und jetzt sind wir noch in Braunschweig, im Kalten, ne? Man sieht die Klamotten und so. Und bald werdet ihr uns am Strand sehen. Und freust ihr schon? Mhm. Und du bist ja jetzt eigentlich auf die Idee gekommen zu buchen. Kann das. Spontan, ne? Weil die hat schon erst das ja besucht. Ja, aber wie hast du mir jetzt überlegt gestern auf einmal? Weil gestern hat der ja einfach gebucht. Weil du erzählt hast von Euro-Banks und super billige Flüge. Ja. Wie viel hast du jetzt zahlt für den Flug? Geh du zurück? Ähm, 700 Euro. Aber... Geht, aber ja... Wir haben ein bisschen was extra gebucht. Eigentlich hätte er nur 600 gekostet. So, aber ich dachte, die nimmst du schon für 250. Ohne Gepäck. Ah, ja. Und ohne Essen. Ah, wie viel Gepäck hast du dazu gebucht? 21. Oh ja, das kostet 30 Euro mehr. Hab ich ja auch gemacht. Aber jetzt werde ich wie immer ja nochmal drauf buchen. Ich mach's dir, ne? Nochmal. Für 100 Euro nochmal, dass ich 32 Kilo habe. Ich hoffe, da kommen wir nicht hin mit. Aber ich denke, ich hab meinen ganzen Scheiß damit schon wieder. Naja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir noch im Braunschweig und bald sind wir wieder an Cancun. Das wollte ich nochmal hier festhalten. Cool. Und ich freu mich schon auf jeden Fall. Ich auch. Ja, cool. Jetzt haben wir es festgehalten. So, das ist mein Koffer. Noch nicht ganz fertig. Also die Schokolade ist noch nicht drinne. Und auch meine Schminke ist noch nicht drinne. Aber ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich jetzt endlich schon soweit bin. Und jetzt geh ich noch schnell in die Stadt. Geld holen, weil ich nehm ja Bargeld mit. Und mal gucken, wie viel ich eigentlich abheben kann am Automaten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Minimum. Weil ich bin mir immer nicht sicher. Ich hab immer Angst, wenn ich kein Bargeld mit hab, weil mit Kreditkarte oder so. Wenn die Karte mal weg ist. Keine Ahnung. Irgendwie fühle ich mich besser. Und deswegen... Oh, der Hintergrund hier. Deswegen hole ich jetzt auf jeden Fall nochmal Geld ab. Dann wollte ich noch schnell was umtauschen. Dann was wollte ich dann noch? Achja, dann werde ich auch abgeholt in einer Stunde und gehe halt noch auf das Konzert, sag ich mal. Setz Gitter. Gucken, wie schwer mein Koffer ist. Also auf jeden Fall schwerer als sonst, glaube ich. Mal gucken. Ich hab ja schon die ganzen elektronischen Geräte in meine Laptop-Tasche gepackt. Die nehm ich dann als Handgepäck. Normalerweise hab ich sonst immer die Schuhe als Handgepäck genommen. Also Schuhe und Käppis immer als Handgepäck. Aber nächstes Mal wollte ich das mal anders machen. Mal schauen, ob das klappt. Ich bin ja eigentlich schon sehr gut im Packen, weil ich hab ja schon ein Million mal gepackt. Auch gerade für die lange Zeit immer. Und da nehm ich auch immer einiges mit. Ich meine, ich verstehe, dass manche sagen, du brauchst das gar nicht. Aber ich lebe nun mal aus dem Koffer. Ich lebe seit zehn Jahren aus dem Koffer eigentlich. Okay, zwei Jahre davon war ich in Deutschland. Aber in den ganzen zehn Jahren war ich fast immer unterwegs. Und immer hab ich aus dem Koffer gelebt. Und wenn man so lange schon das macht, dann will man auch mal ein paar Sachen dabei haben. Und nicht nur immer mal drei Oberteile und zwei Hosen. Ja, weil, ne, dann fühl ich mich auch nicht wohl. Na ja, mal schauen, ob ich den Koffer nachher zubekomme und wie viel er wiegt. Ich bin gespannt. Oh oh, scheiße. Ich hab schon Herzrasen dabei. Heute hab ich endlich mal ne Kofferwaage. Sonst hatte ich immer nie ne Kofferwaage. Mal schauen. Das krasseste Trio, was ich jemals gesehen habe. Der Schlager-König ist die Gänke Rast. Und du bist die einzigen, die sich darüber lustig machen sollen den ganzen Tag. So, ab nach Köln, ich bin gerade im Bus, am Flix-Bus, am Mida, schon nach Superbar jetzt, ich werde echt zu Flix-Bus-Übertreiberern. Ich bin echt gespannt, ob ich es schaffe, nicht zu färben, das ist ja jetzt meine Herausforderung, in der Haare mit Flix zu färben. Hallo, ich bin gerade in Düsseldorf, unglaublicherweise, mit Katrin, mit Katrin und mit Mayo, hallo, so schnell kommt man von Flix-Bus wieder mal mit dem Flix-Bus nach Düsseldorf, in 5 Stunden nur. Und mir kam es vor wie eine Stunde, weil ich bin mit mir, so hallo, ich mache mich jetzt gerade fertig und dann geht es gleich zum Flughafen, meine letzte Stunde in Deutschland. Und ich bin gespannt, ob mein, erstens mein Koffer durchgeht, ja, das ist ja immer, ich habe immer Herzrasen am Schalter. Und dann die zweite Sache, ähm, wie bitte? Achso, ja, ob ich überhaupt fliege. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.